Was? Was ist mit mir passiert? Hilfe! Schau, Papa! Der falsche Spider-Man hat Mama in eine Falle gelassen! Was? Crazy Daddy! Adrie! Du musst mich hier rausholen! Adrie! Wir müssen die Meerjungfrau retten! Papa! Papa! Geht es dir gut? Adrie! Das ist dein elektrischer Zaun! Du musst vorsichtig sein! Hier sind überall Stromkabel! Wie ist es möglich, dass das... Es hat Kraft! Papa! Lass dich keine Sachen! Ich werde dich retten! Papa! Papa! Geht es dir gut? Adrie! Wir müssen einen Weg finden, hier durchzukommen! Leute! Schaut mal! Ich kann den Stromgenerator da oben sehen! Was? Und da drüben gibt es einen Schlüssel, den wir bekommen können! Der Schlüssel? Ja, um die Meerjungfrau zu retten! Adrie, aber wir können da nicht runtergehen und den Strom abschalten! Beeil dich! Es muss einen Weg geben, die Verbindung zu unterbrechen! Wir könnten diesen Drähten folgen, um zu sehen, woher der Strom kommt! Komm, schau! Papa! Schau mal! Der Strom kommt aus diesem Gerät! Du musst es abschalten! Ja, Adrie! Papa! Du musst es abnehmen! Adrie, aber das ist viel zu hoch! Die Meerjungfrau ist in Gefahr! Du musst es tun! Ist ja gut, ist ja gut! Ich mach es, okay? Komm schon! Du schaffst das! Papa, komm schon! Du machst das toll! Gut, Adrie! Du hast es fast geschafft! Oh nein! Da kommt Spider-Man! Was? Papa! Beeil dich! Adrie! Verschläck dich irgendwo! Beeil dich! Oh, Leute! Glaubt ihr, der böse Spider-Man fängt meine Mom? Er wird Papa finden! Ruhig, Adrie! Ruhig! Was macht er da? Er ist weg! Er ist weg, Papa! Komm! Papa! Papa! Geht es dir gut? Adrie! Ich hab den Sturm vom Generator abgestellt! Leute, worauf wartet ihr noch? Komm runter und hol dir den Schlüssel! Ruhige dich! Ich erspreche dir! Wir werden die Meerjungfrau sofort retten, okay? Papa! Sei doch nicht so dramatisch! Es gibt eine Meerjungfrau, die wir retten müssen! Papa! Komm schon! Papa! Und wie glaubst du, dass du den Schlüssel da oben erreichen kannst? Ich weiß es nicht, Adrie! Komm schon! Wir müssen die Meerjungfrau retten und den Schlüssel holen! Papa! Sei vorsichtig! Pass auf, dass du nicht in den Pool fällst! Beruhige dich, Adrie! Entspann dich! Leute! Glaubt ihr, dass mein Papa in den Pool fallen wird? Das würde dann passieren? Aber erst musst du dieses Vorhängeschloss abnehmen! Ich werde dir den Schlüssel holen, okay? Komm schon! Das sollte nicht so schwer sein! Ich muss nur den Schlüssel erreichen! Nur noch ein bisschen! Crazy Daddy! Sei vorsichtig! Aber du schaffst das! Tu es jetzt! Ja, komm schon! Ich hab's! Ich hab's! Beruhige dich! Geht es dir gut? Der Schlüssel! Er sinkt! Papa! Was machen wir jetzt ohne den Schlüssel? Adrie! Ich muss den Schlüssel holen, okay? Nein, Papa! Das ist viel zu gefährlich! Ich muss das tun! Für die Meerjungfrau! Leute! Drückt Gefällt mir! Und abonniert! Denn ich muss... Nein, Papa! Tu das nicht! Tschüss, Leute!